Ja, was könnt ihr mir über Therikan erzählen? Fragen stellen. Wir brauchen Hilfe. Also ja, wir können Geld spenden und wir können für sehr teuer Geld bei ihm Wunden heilen. Oder Heilung benutzen. Wir können aber auch einfach... Also ja, die drei Wege führen alle in die Ebene der Toten. Wir können hier auch einfach mal rasten. Weil hier ist es wirklich safe zu rasten. So, dann nehmen wir einfach mal die Tür hier, dass wir am Rand rauskommen. Weil die Halle der Toten, die... ...hat es in sich. Ohne. Ohne. Sag was du von mir willst. Werde folgen. Was ist mein Leben? Einmal müssen Taten deutlich aussprechen als Worte. Was ist dein Leben? Bereit zu neuen Taten nicht mehr. Ich wofür mich, dass wir geholfen werden müssen. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut! Dieses Mal müssen die Arten weiter sprechen als Worte. Für den keine Gefangenen! So, jetzt müssen wir warten, bis die beiden wieder aufgetaut sind. Und uns dann erstmal zurückziehen. Ich höre. Können wir kurz Quick Save machen? Ja. Wie soll das geschehen? Wir können uns umschauen und ja, gepanzerte Skelette auf der Seite, die die Seite sichern. Fallen hier. Hier gibt es nicht mal einen Weg weiter. Wie kann ich helfen? Was? Ich tue es. Ich werde dich töten. Dein Befehl? Sofort! Ja? Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Sag, was du von mir wiederholen! Einverstanden! Die... Euer Leben ist verfluss! Ist etwas nicht in Ordnung? Die gepanzerte Skelette können wir erstmal weiter bekämpfen. Die... ...Mortis... ...Karia... So ist alles geschehen. So im Schattenverstecken ist es genungen. Du haltest dich mal weiter. Ja, aber ist alles geschehen. Okay, hier ist auch nur ein gepanzertes Skelett. ...Jede Menge Särge. Brauchst du mich? Wie kann ich helfen? Wie lautet deine Aufgabe? Wie kann ich... ...Mortis... ...Wann ist dein... So, Krankheit heilen. Jetzt steht auch ihr Leben wieder her. Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Wichter! So, hier sind noch mehr Skelette. Und hier ist... ...der Leichnam. Dein Befehl? Woran mit Vergnügen? Ja? Ja, der Leichnam, der beschwört immer wieder neue Gule. Wie? Oh, oh, oh. ...Viel mehr kann der Leichnam auch nicht. Vorwärts. Sag, was du von mir willst. Ah, Hand auflegen. Boah, oh. Weiter. Okay, ich kann auch Feuerbälle. Äh... Okay, das Furcht-Bahn hat nicht gefunst. Äh... Wie kann ich helfen? Das ist jetzt nervig. Sofort! Kann sie mal aufhören, wegzulaufen? Ich muss das Furcht-Bahn bevor der Kerl wieder aufsteht. So, dein Befehl sofort! Ah, zu spät. Was, wenn es dein Wunsch ist? Okay. Pfeile. Das heißt, sie muss jetzt alle Särge absuchen, während der immer wieder aufsteht. Nein. Müssen wir zum Glück nicht. Wir können jetzt einfach hier durch. Was ist los? Sag, was du von mir willst. Das Problem ist, er folgt uns. Wie? Mordis. Mordis. Ich tue es. Da ist er nämlich schon wieder. Wie kann ich helfen? Euer Leben ist verwirrt! Wenn es dein Wunsch ist. Dein Befehl? Was mit Vergnügen? Das Gute ist, wenn er stirbt, sterben auch alle Leute. Okay, das war schon mal nicht die richtige Kammer. Oh, das war nicht gut. Das war eine Todeswolke. Das heißt, wir müssen auch mit fallenden Scharfen hier vorgehen. Und er wird gleich wieder aufstehen. Wer will nach seinem Amulett suchen? Resnars Tagebuch. Das war jetzt sehr schlecht. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Magie bannen habe ich leider nicht. Ich habe nur Magie zerstören, was gerade auch nicht hilft. Brauchst du mich? Ja, Handlungsfreiheit wird mich helfen. Und ich will auch jetzt gerade keine weiteren... Die Statue steht ein Zwergenkrieger da. Die Tafel darunter muss... ...jemand mutfähig zerstört haben. Oh. Unser Leichnam ist schon wieder da. Auf dieser Statue steht ein Zwergenkrieger da. Auf der Tafel darunter steht in Erinnerung an Jamov. Er hat mutig in der Schlacht der Toten gekämpft und wir werden ihn nie vergessen. Also hier ist der Riss schon mal drin. Ja, die anderen können wir später lesen. Ist etwas nicht in Ordnung? Kann ich helfen? Und ja, da ist der Weg weiter, übrigens. Mann, wie lange hebt denn das an? Also, Betäubung und Hoffnungslosigkeit. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja, das wird nichts zu bringen. Und händlich. Nein. Na also. Machen wir hier mal schnell einen Quick Save. Ja. Du zauberst meine Hast auf uns. Ja, was du von dir willst. Wenn es scheinbar ist, dass ich gerade nicht stürmen muss. Wenigstens checkt, wenn wir den. Was ist los? Ist das alles? Wie kann ich reinbefeuern? Es soll geschehen. Okay, der Leichnam ist jetzt hier oben. Okay, jetzt ist wieder Furcht angesagt. Ich höre. So soll es geschehen. Blockiere dich den Weg. Danke. Terrikans Tagebuch. Aber das brauchen wir auch nicht. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Gut, hier ist nichts drin. Was, wenn es sein muss? Hier ist nur Evanes Tagebuch drin. Hier ist ein Helm drin. Oh, hier ist noch ein Podest. Was ist los? Ist das alles? Oh, das ist auch mit einer Falle versehen. Okay, Terrikans Amulett haben wir. Ich werde mich darum kümmern. Dein Biffey gewiss. Auch wenn es dein Wunsch ist. So, hier war die Zwergenkriegerstatue. So, Terrikans Amulett wird euch plötzlich entrissen und löst sich in Luft auf. Ein fürchterliches Heuern erfüllt die Luft für eine kleine Ewigkeit. Ja, wir haben es geschafft. Ja, gewiss. Achso, und hier liegt noch keiner drin. Ich höre mit Vergnügen. Und wir sind langsam voll. Einen Helm, den wir nicht identifizieren können. Sag was gewiss. Also ja, wir haben jedenfalls das geschafft. Ring. Inferno-Pfeile. Auch nicht schlecht. Ein roter Trank. Für 24 Stunden Intelligenz auf 20 oder alles andere auf 3. Das bringt voll viel. So, Tagebücher. Kälte Kälte Kegel kann nur vom Baden verwendet werden. Also, und die drei Sachen können wir nicht identifizieren. Also nicht so. Eine Axt, die Gegner betäuben kann. Ein Rüstungsklasse-Ring. Okay. Du kannst sie nicht tragen. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Du auch nicht. Okay. Warte, du kannst den dann nicht tragen. Ah doch, kannst du. Nur wegen dem Ding kannst du nicht tragen. Ja, gut. Äh. Ja. Rüstungsklasse 2. Mittlere Wunden heilen. Gift neutralisieren und nehmen. Und auch. Oh, der ist praktisch. Da du noch keinen gescheiten Helm hast, auch wenn er doof aussieht, kriegst du den mal. So. Was? Wie kann ich ihr wissen? Dein Befehl in Ordnung. Wie kann ich dich etwas anders sehen? Wie kann ich mich an, kom zoen... Stopt! Ja.